Die Phlegreischen Felder, auch Campi Phlegrei genannt, sind ein weitläufiges, mehr als 150 Quadratkilometer großes vulkanisches Gebiet in unmittelbarer Nähe der italienischen Stadt Nerpel. Diese Region fasziniert durch ihre atemberaubende landschaftliche Schönheit und ihre zahlreichen Thermalquellen, die seit der Antike für ihre heilende Wirkung bekannt sind. Die Phlegreischen Felder sind jedoch nicht nur für ihre natürliche Pracht bekannt, sondern auch für ihre intensive vulkanische Aktivität, die sie zu einem der gefährlichsten Vulkangebiete der Welt macht. Der Begriff Phlegreische Felder kommt aus dem Griechischen, und bedeutet brennende Felder. Dieser Name bezieht sich auf die zahllosen vulkanischen Ereignisse und geothermischen Aktivitäten, die in dieser Region allgegenwärtig sind. Die Phlegreischen Felder sind ein sogenannter Supervulkan, was bedeutet, dass sie das Potenzial haben, extrem große und zerstörerische Optionen hervorzubringen. In den letzten 40.000 Jahren gab es in diesem Gebiet mehrere große Ausbrüche, von denen einige globale Auswirkungen hatten. Die vulkanische Landschaft der Phlegreischen Felder ist durch mehr als 50 Auktionszentren gekennzeichnet, darunter Krater, Kalderen und Vulkankuppen. Diese Auktionszentren sind über das gesamte Gebiet verteilt, und zeugen von der intensiven vulkanischen Aktivität, die hier seit Tausenden von Jahren herrscht. Eine der berühmtesten geologischen Formationen ist die Solfatera, ein flacher Vulkankrater, der für seine Fumarolen und Schlammquellen bekannt ist, die Schwefeldampf und andere vulkanische Gase ausstoßen. Die Phlegreischen Felder und der nahegelegene Wesuf teilen sich eine riesige unterirdische Magmakammer. Diese Magmakammer versorgt beide Vulkane mit Magma, was zu ihrer intensiven vulkanischen Aktivität beiträgt. Trotz dieser gemeinsamen Magmakammer handelt es sich bei den Phlegreischen Feldern und dem Wesuf um getrennte vulkanische Strukturen. Der Wesuf, der für seinen verheerenden Ausbruch im Jahr 79 n. Chr. bekannt ist, bei dem die römischen Städte Pompii und Herkulanium zerstört wurden, ist ein Stratovulkan, während die Phlegreischen Felder durch eine Vielzahl unterschiedlicher vulkanischer Strukturen gekennzeichnet sind. Die Phlegreischen Felder sind ein faszinierendes Beispiel für die Kraft und Schönheit der Natur, aber sie erinnern auch an die ständige Bedrohung durch vulkanische Aktivitäten. Wissenschaftler überwachen das Gebiet kontinuierlich, um frühe Anzeichen möglicher Auktionen zu erkennen und die Bevölkerung zu schützen. Die Kombination aus landschaftlicher Schönheit, geothermischer Aktivität und wissenschaftlicher Bedeutung macht die Phlegreischen Felder zu einem einzigartigen und wichtigen Naturparadies.